Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir, Ocomic, und zum Thema Raid Shadow Legends und heute geht es um Lydia, die Todessirene. Wenn ihr gerade dabei seid, an den Fraktionskruften zu arbeiten und fragt euch, warum tue ich mir das eigentlich an? Oder ihr habt die Fraktionskruften gerade alle abgeschlossen und habt Lydia gezogen und wisst nicht genau, wie ihr sie ausrüsten sollt. Ich habe sie in drei verschiedenen Builds versucht, Support, Damage Dealer und Damage Support und genau das wird es in diesem Guide geben. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe wieder eine neue Lieblings-Championet und warum das so ist, das gucken wir uns gleich mal im Video an. So, als kleinen Vorgeschmack möchte ich gerne mal probieren, euch was zu zeigen bei der Arena. Und ich gehe jetzt nur mit Lydia und eisernem Prago mal rein, in der Hoffnung, dass das eventuell funktioniert. Ich weiß es nicht genau, es könnte auch sein, dass es nicht klappt. Erstmal provozieren versuchen, gucken, ob ich provozieren kann. So, das provozieren von Morley muss sich leider unterbinden. So, ihr seht jetzt Angst, Debuff ist mit dabei, Schwächung, Defensivverringerer, also alles Wichtige erstmal. So, wir müssen auf jeden Fall eintöten und dürfen nicht getötet werden, damit ich euch das zeigen kann, was ich eigentlich zeigen möchte. Ich hoffe, dass Roskart jetzt nichts machen kann. So, da war es, genau. Wiederbeleben blockiert, unser Teammitglied hier wiederbelebt, was wir auch eigentlich wiederbelebt haben wollten. So, jetzt versuchen wir mal noch, das gegnerische Team, hoffentlich irgendwie ausschalten zu können. So, ihr seht es auch, provozieren, Debuff wurde verliehen. Wir haben da eins angegriffen. So, eisernem Prago kann ja Debuffs ablaufen lassen um eine Runde. Zack, und bumms. So, jetzt den ersten Damage-Dealer ausschalten. Und den zweiten Damage-Dealer ausschalten. Und jetzt haben wir nur noch denjenigen, der sowieso provoziert. Das heißt, auf denjenigen müssen wir ja sowieso draufhauen. Defensiv-Verringer, Schwächung. Boom, Gegenangriff ausgelöst, aber kam sie nicht mehr dazu. Platt gemacht. Ein Zweier-Team mit 96.000 Stärke gegen ein Team mit 174.000 Stärke. Nur aus Lydia und eisernem Prago. Also, wenn das jetzt nicht aussagekräftig ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Gucken wir uns mal die Fähigkeiten von Lydia an. Wenn das nicht schon krasse Fähigkeiten sind, weiß ich auch nicht. Greift ein Gegner an, bietet eine Chance von 75% für eine Runde einen Angst-Debuff zu verleihen. Und das Ganze kann man auch auf 100% steigern. Also 100%ige Fähigkeit, auf der A1 einen Angst-Debuff zu verleihen. Das sagt er, ist ja nicht so toll, weil sie greift ja eh nur einen an. Aber wartet mal. Bietet eine Chance von 75%, lässt sich auch auf 100% steigern, die Dauer von Gift-Empfindlichkeit-Debuffs, um eine Runde zu verlängern. Das heißt, je öfter sie mit ihrer A1 angreift, desto länger wird der Gift-Empfindlichkeit-Debuff. Was sehr hilfreich ist, zum Beispiel mit Leuten im Team, die Gift machen und Gift-Empfindlichkeit-Debuffs zum Beispiel verleihen. Sie verleiht aber auch selber einen, kommen aber gleich noch dazu. Passiver Effekt. Greift gegnerische Champions mit dieser Fähigkeit an, wann immer sie einem Verbündeten einen Frost, Lähmung, Angst oder wahre Angst-Debuff verleihen. Also das heißt, sobald jemand aus unserem Team Frost bekommt, Lähmung, Angst oder wahre Angst, greifen wir mit unserer A1 an und verleihen einen Angst-Debuff. Auch der Clan-Boss, wenn der lähmt, verleihen wir einen Angst-Debuff oder erhöhen die Dauer von Gift-Empfindlichkeit, weil der Clan-Boss, der kann ja keine Angst-Debuffs bekommen. Die Anzahl der Angriffe wird zudem gesteigert, je nachdem, wie viele Debuffs dabei platziert werden. Werdet ihr dann noch in Arena-Kämpfen gleich sehen, dass wir dann auch manchmal einfach vier Leute aus dem gegnerischen Team komplett angreifen und dann plötzlich alle einen Angst-Debuff bekommen. Je einen Angriff für jeden verliehenen Frost, Lähmungsangst oder wahre Angst-Debuff. Der erste Angriff greift den Angreifer an, alle Zusatztreffer treffen zufällige Gegner, kann jeden Gegner nur einmal angreifen. Die A1 ist schon mal ziemlich cool, kann in verschiedenen Situationen sehr hilfreich sein, Fraktionskriege, Doom, Tower, Arena schlachten. A2 greift alle Gegner an, also in Flächenschaden, bietet eine Chance von 75%, lässt sich auch auf 100% steigern, für zwei Runden ein 60% Defensivverringer-Debuff und ein 25% Schwächungs-Debuff zu verleihen. Also beides, Defensivverringer und Schwächung, eigentlich perfekt. Verleiht zudem allen Verbündeten für zwei Runden ein 25% Stärkungs-Buff sowie ein 30% Geschwindigkeitssteigerer-Buff. Also das heißt, wir haben hier einen Speed-Buffer, der Stärkung macht und gleichzeitig noch Defensivverringer und Schwächung auf das gegnerische Team bringt. Also wir schwächen das Team vom Gegner, stärken uns selbst und ich sag mal so, was will man mehr haben als einen Flächenschaden, der das machen kann? Vergleichbar zum Beispiel wie Trachomorph Plus, dass sie halt gleichzeitig noch bufft und auch die Rolle vom Speed-Booster mit übernehmen kann. A3 greift ein Gegner zweimal an, also zweimal. Der erste Treffer bietet eine Chance von 75%, was man auch auf 100% steigern kann für die Bücher. Also sie ist tatsächlich ihre Bücher mal wert, weil alles auf 100% geht. Für zwei Runden ein 25% Gift-Empfindlichkeits-Debuff zu verleihen. Der zweite Treffer bietet eine Chance von 75%, also auch 100% für zwei Runden ein Blocker-Buffs und ein Blocker-Abkling-Zeiten-Debuff zu verleihen. Und Blocker-Buffs und Blocker-Abkling-Zeiten-Fähigkeiten sind schon zwei sehr geile Debuffs, muss man dazu sagen. Auch wenn es nur auf einen Gegner geht und den zweimal angreift, aber schon ziemlich coole Geschichten. Vor allen Dingen für Arena-Kämpfe, wenn man jetzt bestimmte Leute blockieren möchte. Und wenn man noch jemanden hat, der zum Beispiel einen Debuff-Verteilungseffekt anwenden kann, wie zum Beispiel Vesir Ovelis, weil wir reden ja hier vom Abschließen der Fraktionskruften, wofür man schon einige Champions benötigt, dann kann man zum Beispiel diese Debuffs ja auch noch auf die Gegner verteilen. Und sie selbst verleiht eben auch ein Gift-Empfindlichkeits-Debuff, was wieder heißt, wir können auch mit Giftern im Team arbeiten, die selber keinen Gift-Empfindlichkeits-Debuff verleihen. Also sagen wir jetzt mal, wir haben zwar gute Gifter, wollen aber gerne noch ein Gift-Empfindlichkeit, und versuchen immer Eisige Banshee zu integrieren. Die macht auch ihre Sache gut, aber wir haben vielleicht noch ein Gift da, bei dem wir bessere Skills haben, als bei Eisige Banshee, und sagen dann, jetzt habe ich endlich jemanden, der den Gift-Empfindlichkeits-Debuff verteilen kann, und tausche den dann vielleicht dagegen aus. So, jetzt kommt dieser krasse passive Skill, den wir ja gerade im Arena-Kampf so ein bisschen mit genießen konnten. Verwehrt alle gegnerischen Versuche einer Wiederbelebung. Das hat eine Abklingzeit natürlich von sieben Runden. Das heißt, wenn sie es einmal gemacht hat, dauert es wieder sieben Runden, bis das Ganze dann aufgeladen ist. Also wenn man Bücher reingesteckt hat, sind es trotzdem sieben Runden. Dies funktioniert sogar, wenn dieser Champion tot ist. Also das heißt, sie blockt generell erstmal die allererste Wiederbelebung, und das funktioniert auch, wenn sie jetzt gestorben ist. Dann kommt noch dazu, wenn dieser Champion lebt, wenn eine gegnerische Wiederbelebung verwehrt wird, werden alle toten Verbündeten mit 50% LP und 50% Rundenmeter wiederbelebt. Verleiht das stattdessen eine Zusatzrunde, wenn es keine toten Verbündeten gibt. Das heißt also, egal was passiert, wir machen immer irgendetwas. Wenn irgendeine Wiederbelebung stattfindet, die verwehrt wird, dann passiert immer irgendetwas von den Sachen, die hier oben drin stehen, wenn sie lebt. Wenn sie allerdings tot ist, wenn dieser Champion tot ist, wenn eine gegnerische Wiederbelebung verwehrt wird, wird dieser Champion mit 50% LP und 50% Rundenmeter wiederbelebt. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Und diese Fähigkeit ignoriert Blocker Wiederbeleben. Das heißt also, wenn wir mit Blocker Wiederbeleben getötet werden, funktioniert diese passive Fähigkeit trotzdem, sie belebt sich quasi selber wieder oder einen Verbündeten oder mehrere Verbündete, je nachdem wie viele gestorben sind. Also das ist tatsächlich auch eine Wiederbelebung, die nicht nur auf einen geht, sondern auf mehrere. Was ich jetzt nicht so toll finde, aber man muss sagen, sie hat schon sehr starke Skills. Steiger den Widerstand von verbündeten Arenaschlachten um 100% wird man jetzt kaum benötigen in der Arena, weil die meisten gehen einfach mit Speed, Aura. Aber man muss dazu sagen, man kann sie auch in defensiven Teams einbauen. Also das ist natürlich auch so. Man kann auch ein sehr defensives Team mit hohen Widerständen bauen, wenn man das möchte. Bloß man wird wahrscheinlich solche Teams jetzt nicht aktuell in der Platin-Stufe sehen. Kann natürlich mal sein, dass sich die Meta mal ändert. Aber aktuell sind sie ja eher Speed-Teams mit Speed-Aura. Von daher ist ihre Aura in der Arena jetzt nicht ganz so nützlich. Was ich ganz gut gefunden hätte, wäre es, wenn es eine Aura gewesen wäre. Die muss ja nicht 100 sein, aber für alle Schlachten. Also eine Aura von 100 Widerstand wäre vielleicht ein bisschen zu hoch für alle Schlachten. Aber eine Erhöhung des Widerstandes für alle Schlachten, Doomtower, Dungeons und so weiter, kann durchaus nützlich sein. Jetzt kommen wir mal zum großen Lydia-Guide, wo man sie verwendet, wie man sie baut. Und wie gesagt, ich habe halt drei Sachen mit ihr versucht. Ich habe Support, Damage-Support und auch Damage-Dealer versucht. Und wir werden gleich uns mal die Ergebnisse davon anschauen. So, das Erste, was ich gemacht habe, ist sie erstmal ganz normal, wie ich sie jetzt auch gerade benutze, als Support- und Damage-Dealer gleichzeitig zu bauen. Also das heißt, ich habe versucht, ihre Support-Werte und ihre Damage-Werte einigermaßen in Einklang zu bringen und denke, das ist mir auch einigermaßen gelungen, wenn man sich die Werte jetzt hier anschaut, von den Lebenspunkten 40.000, sodass sie nicht gleich umfällt, von der Defensive einigermaßen okay. Angriffswert okay, könnte noch ein bisschen höher sein, wäre natürlich cool, wenn wir das Ganze auf 3.000 bekommen würden, aber dafür haben wir ja den Damage-Build gemacht. Also von daher, da geht noch ein bisschen was, werdet ihr dann gleich auch sehen. Geschwindigkeit 250, das heißt, ich habe versucht, ihr eine einigermaßen hohe Geschwindigkeit zu geben, dass sie den Defensiv-Verringer und die Schwächung draufbringen kann, weil sie ja auch als Support fungieren soll, Defensiv-Verringer und Schwächung als erstes machen soll und danach dann die Damage-Dealer und alle anderen gehen sollen. Crit-Quote 75%, weil ich immer Crit-Quoten steigere im Team meistens mit drin habe. Der Crit-Damage 235 habe ich einfach mal versucht, einigermaßen hochzuhalten, damit sie auch Schaden macht, deswegen Support und Damage-Support. Und die Genauigkeit auf 233 kann man sicherlich auch noch ein bisschen anpassen und steigern, aber ich denke, von den Werten her ist es mir ganz gut gelungen, das Ganze so ein bisschen in Balance zu halten, zwischen Schaden, Genauigkeit und Geschwindigkeit. Wie man das Ganze vielleicht am Ende noch als High-End-Build anfangen könnte, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. So, jetzt habe ich mal ein paar Sachen getestet, um einfach mal zu schauen, wie viel Schaden würde sie denn machen, wenn ich vorher zum Beispiel einen Defensiv-Verringerer drauf mache. Und da hat ihre A1 26.000 gemacht und ihre A3 24.000 pro Treffer, das heißt ohne ihre Schwächung, nur der Defensiv-Verringerer. Und ich habe auch mal geguckt, was würde jetzt der Flächenschaden machen, wenn wir vorher einen Flächenschaden mit Defensiv-Verringer auf die Gegner setzen können. Da waren es dann 25.000 pro Gegner, die man schaffen kann, nur mit dem Defensiv-Verringer. Und ich denke, vom Schaden her ist das jetzt nicht ganz so schlecht, aber auch natürlich kein Damage, wo man sagt, okay, das ist jetzt ziemlich krass oder so. So, dann habe ich gedacht, okay, was passiert denn, wenn ich es schaffe, einen Defensiv-Verringer, eine Schwächung und den Crit-Damage-Steigerer, den Angriffs-Steigerer mit dazu ins Spiel zu bringen und das vorher zu setzen. Ja, macht jetzt nicht unbedingt Sinn wegen ihrer A2, aber sie kann ja auch ihre A2 machen und dann ihre A1 und A3 anwenden und macht dann natürlich den erhöhten Schaden. So, was ist dann passiert? Da haben wir 45.000 auf der A1 gesehen, auf der A2 Flächenschaden 62.000, das war so das Höchste, was ich gesehen habe. Und auf der A3 41.000 und da trifft sie ja auch zweimal, also pro Treffer 41.000 dann hier. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich nachher den Damage testen will, dann müssen wir das Ganze auch mal ein bisschen auf die Spitze treiben. Habe das Ganze genommen, was ich vorher gemacht habe und bin mit Krupp-Tuck-Moosbart oder Krupp-Tuck-Moosbart nochmal reingegangen, der ja den Schaden auch steigert, wenn Gift-Ebuffs auf uns draufliegen. Und da habe ich dann auf der A1 80.000 rausgeholt, auf der A2 56.000 und auf der A3 auch nochmal ca. 56.000. Also man sieht, das kann ganz schön reinknallen, selbst wenn man sie jetzt nicht so sehr auf Schaden gebaut hat, ist teamabhängig und ist werteabhängig. Also Krupp-Tuck verstärkt ja unseren Schaden nochmal, den wir machen. Und man sieht, wenn man jetzt noch mehr Crit-Damage und vielleicht noch mehr Angriff geben würde, dann würde der Schaden schon ganz gut aussehen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, okay, du hast ja auch den Damage-Dealer-Bild versucht, wenn das schon der Damage-Support ist, was macht dann der Damage-Dealer-Bild? Bevor ich euch allerdings den Damage-Dealer-Bild zeige, zeige ich euch mal den Support-Bild. Da habe ich natürlich den Schaden vernachlässigt und bin tatsächlich einfach auf Überleben gegangen und auf Genauigkeit und Geschwindigkeit. Wie man sehen kann, also Lebenspunkte recht hoch, Defensive recht hoch, damit sie nicht wegklappt, Geschwindigkeit recht hoch, ein bisschen Crit-Damage mit dabei. Dafür ist die Crit-Quote jetzt nicht so hoch, weil ich wirklich auf Geschwindigkeit, Genauigkeit geguckt habe und dass sie durchhält, also wie bei einem ganz normalen Supporter. Und man sieht es, denke ich mal, auch an den Schadenswerten und da habe ich es jetzt nicht mit Krupp-Tuck oder Gurt-Tuck oder unserem Moosbärtchen getestet. Da seht ihr ja auch, was da rausgekommen ist, das sind die Schadenswerte tatsächlich zu vernachlässigen. Also wenn ich es vergleiche, dann ist es tatsächlich so, dass ich mit Defensiv-Verringerer, Schwächungen und so weiter, allem, was ich draufpacken konnte, eher das hatte, was sie oben schon alleine nur mit dem Defensiv-Verringerer gemacht habe. Also von daher als Supporter nicht so viel Schaden. Und das ist tatsächlich auch das, was viele YouTuber ja gesagt haben, als sie Lydia zum ersten Mal getestet haben. Sie macht nicht viel Schaden, also nicht, wenn ich sie auf Support baue. Also was passiert denn dann, wenn ich sie auf Damage baue, werdet ihr euch fragen. Okay, gucken wir uns das auch mal an. Was passiert, wenn ich sie auf Damage baue? Und tatsächlich, seht ihr von den Werten, über 3000 Angriff. 4000 habe ich leider nicht mehr hingekriegt. Dafür hat sie leider einen relativ geringen Grundwert, was den Angriff anbelangt. Und das muss man dann über Artefakte und den hohen Saal machen. Mein hoher Saal ist leider nicht so hoch gesteigert, was den Angriff anbelangt. Deswegen hätte ich da wahrscheinlich noch was rausholen können und wäre Richtung 4000 schon gekommen. Defensive recht gering, Lebenspunkte jetzt nicht so hoch, einigermaßen, dass sie nicht gleich umfällt und dass der Tank natürlich das meiste abbekommen sollte. Geschwindigkeit vernachlässigt, Genauigkeit einigermaßen, versucht über 200 zu bleiben. Dafür aber Crit-Quote auf 70% und den Crit-Damage auf 266 erhöht. Also der ist jetzt gar nicht so viel höher als das, was wir vorher hatten an Crit-Damage. Aber dafür ist der Angriff natürlich gesteigert. Das heißt, es multipliziert sich dann natürlich noch mehr. Und wie ihr an den Schadenswerten sehen könnt, nur Defensivverringer, A1 39.000, Flächenschaden 40.000 und A3 33.000 ist schon ein bisschen mehr als weiter oben. Und jetzt habe ich, wie gesagt, wieder mal versucht, das Ganze mit allem drum und dran zu machen, was auch Schwächungen und so weiter beinhaltet. Und da war die A1 mit 106.000 Damage dabei, die A2 mit 77.000, das ist der Flächenschaden. Also wenn ihr in der Arena 77.000 Damage rein abbekommt, dann tut das weh. Und auf der A3 80.000, wenn sie mit der A1 schon 106.000 raushauen kann und dem Team wird sowas verliehen wie einen Frost-Debuff oder einen Angst-Debuff. Und sie legt dann nochmal los mit der A1 alle anderen Gegner anzugreifen und sie drückt jedem Gegner 106.000 rein, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das schon ganz schön wehtun kann. Jetzt habe ich es natürlich nochmal versucht auf die Spitze zu treiben, was an Damage jetzt mit den Werten möglich ist. Und bin auf der A1 mit 125.000 rausgekommen. Auf der A2 mit 100.000, das heißt also der Flächenschaden macht schon alleine dann 100.000. Und auf der A3 mit 86.000. Und wie gesagt, das sind ja zwei Treffer, das heißt sie trifft ja ungefähr mit 160.000, 170.000 dann zweimal einen Gegner. Und das sollte dazu führen, dass derjenige dann meistens schon erledigt wird. Wenn ich das Ganze hier dann natürlich noch mit Ignoriere-Defensive im Wildset oder sowas kombiniere, dann wird es nochmal eine Spitze mehr. Und ich denke, das zeigt eben auch, dass man auch solche Leute, wo man sagt, die machen gar nicht so viel Schaden, einfach mal versuchen sollte auf Damage zu bauen, um zu gucken, was könnten sie denn für Schaden machen. Weil dann kann man auch rausfinden, welche Werte sollte ich denn optimieren. Und da können wir uns nochmal ganz kurz auf den Anfang fokussieren von vorhin. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Damage-Support geben, dann sollte ich natürlich gucken, dass ich vielleicht den Angriff auch noch mit unterstütze, zusätzlich zum Crit-Damage. Aber darf natürlich trotzdem Geschwindigkeit und Genauigkeit jetzt nicht vernachlässigen. Also das heißt, wenn ich ein gut ausgewähltes Skillset für sie haben möchte, dann baue ich sie auf Support und Damage und mache trotzdem einen sehr angenehmen Schaden mit ihr. Auch wenn ich vielleicht mit ihr erstmal den Defensivverringer und die Schwächung draufsetze, dann macht der erste Angriff nicht ganz so viel Schaden. Dann machen eben die Angriffe von meinen anderen Mitstreitern mehr Schaden. Aber die A1 und die A2 hauen natürlich trotzdem dann ganz schön rein. Oder man sagt halt, ich will nicht, dass sie unbedingt so schnell wird, sondern es gehen halt andere Leute vor ihr, setzen Defensivverringerer und Entschwächung und so weiter drauf. Und ich benutze sie eher Richtung Damage, weil ihr Flächenschaden dann doch schon ganz schön Schaden machen kann. So, gucken wir uns mal die Masteries an, die ich jetzt versucht habe zu verteilen. Das sind mal zwei Builds, die ich hier verfolgt habe. Im Damage-Support, das heißt in den Arena-Fraktionskriegen, Dungeons und Doom-Tower habe ich es versucht auf Offensive und Support zu skillen. Beim Clan-Moss hatte ich es auch offensiv, allerdings mit Kriegsmeister und Support. Seht ihr nachher noch, was für Zahlen dann dabei rausgekommen sind. Dann gucken wir uns mal den Support an. Da habe ich versucht auf Defensive und Support zu gehen, um einfach das Durchhaltevermögen zu steigern. Das geht natürlich auch anders. Man hätte auch die Widerstände hier erhöhen können, statt die Defensive, weil sie ja schon einen relativ hohen Defensivwert hatte. Also je nachdem, was man mit ihr natürlich auch machen will. Damage-Dealer-Build sieht jetzt wie folgt aus. Da habe ich auch einmal zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, wie sie oben, glaube ich, schon ähnlich hatte, mit dem Ignoriere-Defensive-Skill unten. Und einmal für den Clan-Boss, das kann man natürlich auch beim Damage-Dealer-Support machen, bloß da hatte ich keinen Platz mehr auf der Folie, kann man auch offensiv und defensiv natürlich spielen und im defensiven dann noch auf Gegenangriff gehen. Wenn man sie für den Clan-Boss baut und macht einen offensiven und defensiven Skill, dann ist, glaube ich, der Skill hier überflüssig. Dann brauchen wir eigentlich nur den, weil bei der Lähmung triggert sie ja so oder so. Also das heißt, bei Lähmung, Frost und so weiter hat sie den Skill schon. Dann kann man auch hier zum Beispiel den Skill oder den Skill vom offensiven Skillbaum stattdessen hier mit reinnehmen. Von daher brauchen wir nur einen, dass sie zum Beispiel einen Gegenangriff auslöst, wenn sie genug Schaden erhält. Das wäre dann ausreichend. Das hier muss man dann nicht machen. Da hatte ich mich ein bisschen verskillt. Aber das ist ja ganz gut, weil dann kann ich es euch auch so sagen. Welche Sets können wir ihr denn mal anziehen? Ich habe hier mal eine Auswahl gemacht. Also einmal habe ich festgestellt, flottes Parieren passt auf jeden Fall sehr gut aus. Die Wild-Set, wenn man Schaden machen will. Genauigkeit bzw. das Wahrnehmungs-Set mit Genauigkeit-Geschwindigkeit, wenn man eben beides braucht. Die Genauigkeit, die Geschwindigkeit. Grausam-Set, genauso wie Wild-Set natürlich super. Dann auf jeden Fall Geschwindigkeit, wenn man sie auf Geschwindigkeit baut. Genauigkeit-Set kombinieren, um ihre Genauigkeit mit hochzunehmen. Kommt ja auch immer darauf an, was man in den Artefakten jetzt drin hat und welche Unterwerte und welche Primärwerte man verfolgt. Das kann man ja unterschiedlich kombinieren. Vampir-Set für zum Beispiel, wenn sie keine Heilung beim Clan-Boss-Kampf oder sowas anderweitig bekommt. Dann wäre es natürlich nützlich, wenn sie es so kriegt. Man kann ihr aber auch zum Beispiel beim Support-Build einen Heiland-Set oder sowas anziehen, dass sie noch ein bisschen Bonus-Heilung oder Regenerations-Set bekommt. Ansonsten, ich habe auch mal eins von den neuen Sets mitbekommen. Das Fatal-Set für Angriff und Crit-Quote kann auch hilfreich sein. Oder alternativ ein Crit-Quoten-Set, ein Crit-Damage-Set kann man auch nehmen. Oder als Supporter mit vielen Lebenspunkten kann sie auch ein Schild-Set anziehen. Dann ist sie zwar vielleicht nicht unbedingt die schnellste, aber wir haben ja auch Arbiter, die unser Rundenmeter steigert. Also wenn wir Arbiter und sie jetzt zusammen kombinieren, dann funktioniert das natürlich ganz gut. Jedenfalls besser als Lysandra und sie zusammen in einem Team, weil beide ja den Speed-Buff machen, ist an sich ein bisschen überflüssig dann. Also am besten mit Arbiter im Team kombinieren, wegen dem Rundenmeter-Steigerung und dem Speed-Buff von ihr dann noch zusätzlich. Sie kann ja auch die zweit- oder drittschnellste sein im Team, je nachdem, was man erreichen will. Ihr habt es gesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Arbiter geht zuerst, danach kommt jemand, der Defensiv-Verringer drauf macht, dann kommt sie nochmal mit ihrem Flächenschaden, Defensiv-Verringer und Schwächung, macht vielleicht ein bisschen mehr Schaden, kann das natürlich auch hinhauen. So, das ist jetzt erstmal vom Damage-Support. Das sind meine Artefakte, die ich jetzt hier benutzt habe. Da könnt ihr euch mal die Werte natürlich anschauen. Wie bin ich auf die Werte oben gekommen? Könnt euch da auch gerne Screenshots oder sowas machen und zurückgehen und gucken, wie die Werte dann gewesen sind. Das nächste ist dann der Support. Da habe ich wirklich Speed-Set, Speed-Set, Speed-Set benutzt. Also von daher alles wirklich auf Geschwindigkeit, Genauigkeit angelegt. Versucht, ihre Genauigkeit und ihre Geschwindigkeit so hoch wie möglich zu pushen. Einfach erstmal, damit sie einfach einen super Support gibt für uns. Und beim nächsten ist der Damage-Dealer-Bild. Da habe ich ein bisschen Wild kombiniert natürlich, damit sie einiges an Schaden verursacht. Ich habe auch einen Teil oder zwei Teile besser gesagt Grausam-Set, also einmal den Set-Bonus Grausam-Set mit drin gehabt. Was auch noch dazu führte, dass noch ein bisschen Defensive ignoriert wurde und natürlich, dass ihr Angriff gesteigert wurde zum Glück. Also Grausam eignet sich da gut, um ihren Angriff bisschen noch hoch zu bekommen, der leider vom Basiswert etwas geringer ist. So, was muss man vielleicht zu ihr wissen? Sie macht viele nützliche Buffs und Debuffs, wie man gesehen hat. Also wenn man tatsächlich mit ihr in der Arena und so weiter kämpft, wird man sehen, dass man plötzlich eine ziemliche Reihe an Debuffs auf die Gegner bekommt. Sie kann mehrere Rollen im Team übernehmen. Man muss nur wissen, welche und wofür man sie verwenden will. Sie benutzt immer zuerst im Auto-Modus ihre A2. Das heißt, das ist ihr Flächenschaden, macht den Defensivverringer und die Schwächung. Sie kann überall eingesetzt werden. Seht ihr auch. Und sie ist mein neuer Lieblings-Champion. Das ist vielleicht auch wichtig für mich. So, kommen wir mal zu den Dungeons. Wie sieht es denn in den Dungeons aus? Ich blende mich mal aus, damit ihr die Spinne wieder sehen könnt. Und Spider-Man. Also bei allen Dungeons muss man dazu sagen, ich habe es trotzdem mal mit hingeschrieben, ist das Element egal, weil sie hat ja ein Lernelement, was auch super ist für sie. Sie macht einen Flächenschaden, der sich eben auch auf die Spinnlein auswirkt. Sie macht den Defensivverringer und die Schwächung. Das heißt, wir brauchen niemanden mehr mit Defensivverringer und Schwächung und gleichzeitig den Speed-Buffer oder sowas im Team. Das heißt, sie erfüllt quasi beide Rollen. Einmal vom Supporter für Defensivverringer und Schwächung und einmal vom Speed-Supporter und macht gleichzeitig noch eine Stärkung auf unser Team. Was natürlich auch bedeutet, wir halten länger durch. Und selbst wenn man jetzt keinen Strachomorph hat oder niemanden, der Defensivverringer und Schwächung auf alle machen kann, kann man jetzt hier ganz andere Builds verfolgen, als man vielleicht vorher bei der Spinne hatte. Man kann jetzt zum Beispiel das mürrische Monster auch weglassen und benutzt jetzt nur Eisherz oder nur Royal Guards, was vielleicht vorher nicht unbedingt möglich gewesen ist. Beim Drachen genau dasselbe mit dem Element. Flächenschaden für die Wellen. Sie macht den Giftempfindlichkeits-Debuff, was beim Drachen sehr nützlich ist, da er ja gegen Gift allergisch ist im Endeffekt. Und sie setzt natürlich einige Debuffs und Buffs einmal auf die Gegner, auf den Drachen und bufft uns natürlich auch. Das heißt, wir halten beim Drachen auch länger durch. Wenn er auch sein Ausatmen einsetzen sollte, haben wir ja den Stärkungs-Buff auf uns drauf. Wenn wir dann noch jemanden mit Defensivsteigerer ins Team bringen, dann sind wir relativ gut dagegen geschützt und noch ein Angriffsverringerer vielleicht noch mit dazu auf den Drachen. Und das Team hält sehr, sehr gut durch. Aber auch hier sind tatsächlich wieder neue Speedruns möglich, weil man ja definitiv mehrere Leute im Team austauschen kann gegen sie, weil sie verschiedene Rollen gleichzeitig übernimmt. Das heißt also, sie macht Defensivverringer-Schwächung, macht aber gleichzeitig auch den Geschwindigkeitssteigerer. Das heißt, ich habe hier mindestens noch einen Slot frei und kann jetzt auch hier jemand anderen in mein Team integrieren. Gilt natürlich für alle Dungeons. Feuerritter. Sie hat Mehrfachangriff auf ihrer A3, was sie natürlich für das Schild vom Feuerritter ziemlich gut macht. Kann auch wieder den Flächenschaden machen, kann wieder den Defensivverringer, kann die Schwächung machen, macht auch wieder die Giftempfindlichkeit, was beim Feuerritter gut sein kann, für Teams, die Gift verwenden, bufft uns, debufft die Wellen, debufft den Feuerritter. Hat jetzt keinen Rundenmeterskill oder sowas drin, aber wie gesagt, funktioniert halt für mehrere Rollen. Das heißt, wir haben wieder mehr Auswahlmöglichkeiten, was wir im Team vielleicht ersetzen wollen. Wollen wir noch jemanden mit Multi-Attack reinbringen? Haben wir vielleicht noch eine Eisherz, die wir reinbringen wollen? Oder irgendjemand anders, der uns bisher gefehlt hat? Und auch hier können wir wieder einen neuen Slot freimachen für einen neuen Champion, den wir vielleicht beim Feuerritter reinbringen und können jetzt ganz andere Zeiten beim Feuerritter damit laufen. Eisgolem. Wie gesagt, gilt auch ähnliches wie für die anderen. Flächenschaden für die Wellen. Sie verhindert die Wiederbelebung. Das erste Mal auf jeden Fall von den Ads. Das heißt, wenn wir die Ads beim ersten Mal töten, selbst wenn jetzt ein königlicher Wächter oder eine Eisherz stirbt, weil der Eisgolem seinen Skill eingesetzt hat, eisige Rache, der ja einiges an Schaden machen kann, und er versucht, jemanden wiederzubeleben von seinen Ads, wird ja diese Wiederbelebung zum ersten Mal blockiert und wir beleben dann unseren Damage-Dealer wieder. Was bedeutet, wir haben halt zwei Vorteile. Einmal blockieren wir das Wiederbeleben beim Eisgolem der Ads. Das heißt, er kann beim nächsten Mal nicht mehr so viel Schaden mit seinem eisigen Rache-Skill machen. Und zweitens können wir gegebenenfalls einen Damage-Dealer wiederholen, der dadurch ausgeschaltet wurde, und der kann dann natürlich nochmal extra Damage draufpacken. Sie belebt sich natürlich auch selbst, falls sie tot sein sollte aus irgendwelchen Gründen, und die Ads wurden ausgeschaltet oder auch nur ein Ad wurde ausgeschaltet und der Eisgolem versucht, den wiederzubeleben, belebt sie sich halt selbst wieder. Und von daher gilt natürlich auch das gleiche Flächenschaden für die Waves, Giftempfindlichkeit, Buffs, Debuffs, genauso. Und, wie gesagt, auch andere Team-Konstellationen möglich. Und ihr werdet sehen, wenn ihr nicht schon irgendwelche Leute habt, wie Drakomorph oder sowas, dann vielleicht sogar neue Bestzeiten bei den Einzelnen. Das war bei mir jedenfalls der Fall. Also ich konnte einige neue Bestzeiten aufstellen. Spinne, 23 Sekunden, Drache, unter einer Minute, Feuerritter, auch eine Minute 30, Eisgolem, auch relativ schnell, weiß ich jetzt die Zeit gerade nicht mehr aus dem Kopf, aber auf jeden Fall schneller als das, was ich bisher gemacht habe. Und das sogar relativ sicher, ohne jetzt viele Runs zu verlieren. 100% zwar noch nicht, aber dafür sind die Teams auch noch nicht alle auf sie abgestimmt gewesen. So, da bin ich wieder. Und dann gucken wir uns mal gleich das nächste an. Fraktionskruften. Ja, Fraktionskruften wird man jetzt nicht unbedingt brauchen, aber man kann sie natürlich trotzdem einsetzen, um die Zeiten zu verbessern, die man vielleicht vorher hatte. Vielleicht war die Zeit nicht so gut oder so. Dann kann man sie natürlich nutzen für den Defensivverringer und die Schwächung. Dann geht das alles natürlich noch ein bisschen schneller. Oder wenn dann doch mal einer aus dem Team ab und zu weg stirbt und man farmt die Fraktionskruften, kann das natürlich nützlich sein. Ansonsten, zu dem Zeitpunkt hat man ja definitiv die Fraktionskruften schon durchgespielt. Clan-Boss. Da werde ich euch mal ein paar Ausschnitte von einigen Test-Teams zeigen, weil durch den Speed-Buff ist ja eher was für Speed-Teams. Und ich habe gedacht, okay, Speed-Teams sind ja schön und gut, aber lasst uns doch einfach mal, wir haben jetzt so Champions wie Eiserner Prago, Rotos und so weiter. Lasst uns doch mal ein Speed-Team aufbauen und gucken, wie sie bei einem Speed-Team funktioniert. Und lasst uns mal schauen, was ich da für Screenshots gemacht habe. Weil ihre Geschwindigkeit noch nicht für Ultra-Albtraum ausreicht und ich die Leute auch nicht für Ultra-Albtraum angepasst habe, ganz zu schweigen von Eiserner Prago, den ich überhaupt nicht für den Clan-Boss angepasst habe, habe ich gesagt, okay, ich mache ein Speed-Team, das versuche ich mal auf Albtraum beim grünen Element. Grünes Element bedeutet natürlich, wir haben den Geschwindigkeitsverringerer auf uns drauf. Heißt, wir sind eigentlich langsamer. Selbst mit Speed-Buff natürlich gleichen das im Endeffekt ein bisschen aus, werden auch ein bisschen schneller. Aber wenn man sich das anguckt, wir haben eine Zeit von 9 Minuten 13, das heißt, wir haben auch nicht so viele Runden gemacht. Ich glaube, wir haben 26 bis 30 Runden irgendwas in der Drehung gehabt auf Albtraum und haben mit dem Team jetzt 42 Millionen Schaden mit einem Durchlauf gemacht beim Albtraum-Clan-Boss. Das heißt, Marshalet hier, der ist auch noch nicht so weit, dass er jetzt gegen Ultra-Albtraum groß kämpfen könnte. Der würde nicht lange genug durchhalten. Eiserner Prago hat zu wenig Lebenspunkte im Moment, ist auch gerade nochmal aufs Clan-Boss umgeskillt worden. von Kriegsmeister. Kreele und Rotos sind tatsächlich für den Clan-Boss gebaut. Also die machen auch Ultra-Albtraum. Und Lydia war jetzt auch nicht dafür vorgesehen, auf Clan-Boss zu gehen. Aber ich hatte natürlich den Kriegsmeister schon mal mit reingepackt gehabt und habe sie als Damage-Support gespielt. Also das, was ihr von den Werten ja gerade oben gesehen habt. Bloß mit Kriegsmeister-Skillung eben im Endeffekt drin. Aber auch Offensiv- und Support-Skill-Baum und nicht Offensiv- und Defensiv. Sonst hätte sie wahrscheinlich noch ein bisschen länger durchgehalten. Weil hier ist sie dann doch relativ schnell umgefallen. Sie hat halt auch nicht so viel Heilung bekommen, nur durch den Leech. Und hatte ja jetzt auch kein Set irgendwie an, was nochmal die Heilung unterstützt hätte. Und wir haben auch keinen Heiler- oder Debuff-Entferner gehabt. Das heißt, eine Lähmung ist immer irgendwo zustande gekommen. Entweder auf Marshalet oder auf Lydia. Hier ist mal das gleiche Team, wo ich es bei Ultra-Albtraum versucht habe. Weil, wie gesagt, die Geschwindigkeiten sind halt hier nicht passend. Das ist auch wieder der grüne Clan-Boss gewesen. Genauso wie beim anderen Clan-Boss habe ich eben wieder das grüne Element benutzt, um einfach mal den Ausgleich zu haben. Das heißt, wir haben auch den Geschwindigkeitsverringerer wieder drauf bekommen. Und wie ihr sehen könnt, 24,71 Millionen Schaden. Mit Marshalet, der nicht für Clan-Boss ausgelegt ist. Mit Lydia, die nicht direkt für Clan-Boss ausgelegt ist. Mit Eisern der Prago, der nicht direkt für Clan-Boss ausgelegt war. Mit Rotos und Kreela, die natürlich beiden normalerweise auf Ultra-Albtraum kämpfen können, aber in einem anderen Team zusammenarbeiten. Und natürlich auch nicht die Geschwindigkeiten jetzt für den Speed-Team erreichen. Aber wir erreichen auf jeden Fall gute Geschwindigkeiten und guten Damage. Wo man sagen kann, wir können mit den Championen, wenn wir hier noch einige Anpassungen vornehmen würden, definitiv auf die 35.000, 40.000 vielleicht noch hochkommen. Aber dazu brauchen wir natürlich entsprechende Werte. Müssen vielleicht die Sets auch umstellen. Vielleicht zeigt das auch dem einen oder anderen, dass man nicht unbedingt immer Gift benötigt, oder dass es nicht unbedingt immer ein Unkillable-Team sein kann, sondern auch Speed-Teams funktionieren als Two-Key-Teams, auch bei Ultra-Albtraum natürlich, wenn man entsprechende Champions natürlich hat. Aber mit Lydia bekommt man natürlich einen entsprechenden Vorteil, weil sie auch den Stärkungs-Buff hat. Und Eisernen Prago habe ich mit reingenommen für den passiven Effekt, für den Defensiverhör und natürlich auch für den Defensivsteigerer, den er selbst als Buff-Normer macht und den Angriffsverringerer. Doomtower. Ja, im Doomtower habe ich jetzt noch nicht so ultimativ getestet, aber da bringt sie natürlich einige gute Skills mit. Also von daher, im Doomtower kann man sie natürlich auch mit einsetzen in den jeweiligen Teams. Ich habe auch schon gesehen in den besten Listen, dass da einiges dabei war, wo auch Lydia benutzt worden ist, also als Speed-Bufferin sicherlich, und um den Defensiverringern die Schwächung drauf zu machen. Und dann gehen sie natürlich dann mit ihrem Septimus oder mit ihren Eisherzen oder sowas drauf und legen dann damit die Bosse. Also die Lydia erfüllt quasi auch gleich mehrere Slots hier, so dass man mehr Septimus, mehr Eisherz einbauen kann in solchen Speedrun-Teams vom Doomtower schwer. Aber wie gesagt, man kann es natürlich auch in anderen Teams benutzen, um mehrere Rollen auszufüllen. Da muss man jetzt nicht unbedingt hier fünf Septimusse losschicken oder sowas. Arena. Ja, bei der Arena möchte ich euch gerne mal ein paar coole Arena-Schlachten zeigen, die ich aufgenommen habe. Deswegen denke ich mal, können wir da mal reinschauen einfach. Das Gute ist, durch sie habe ich auch wieder Spaß an Arena-Kämpfen gekriegt, habe auch ein paar mehr wieder gewonnen und war dann Richtung Platin unterwegs und habe es tatsächlich auch wieder mal in die Platin-Stufe reingeschafft seit langer Zeit, weil ich mich jetzt gar nicht so sehr aufs Arena-Kämpfen konzentriert hatte. Und das Schöne ist ja auch, wir haben diesen passiven Skill. Dass selbst wenn wir irgendjemanden aus diesem Team jetzt direkt ausschalten und Gräfin Lilitu versucht, denjenigen wiederzubeleben oder wir haben ja Rektorin Trev, die ja auch Wiederbelebung kann, blockieren wir erstmal die Wiederbelebung. Das heißt, ich muss ja jetzt hier nur einen von den beiden Wiederbelebern ausschalten. Mir bleibt ja eh nichts anderes übrig, außer Gräfin Lilitu hier in den Fokus gerade zu nehmen. Können dann natürlich noch Flächenschaden mit Eisernen Prago gleich machen. Und selbst wenn jetzt einer aus unserem Team wegsterben würde, habe ich die Möglichkeit, ja den dann wiederzuholen, wenn der andere Wiederbeleber versucht, einmal die Wiederbelebung durchzuführen. So, jetzt haben wir die eine Wiederbelebung. So, da ist die Wiederbelebung passiert, wurde blockiert. Das heißt, Gräfin Lilitu konnte nicht wiedergeholt werden und auch unser guter Kantraphon liegt am Boden. Und jetzt haben wir nur noch den Supporter hier und den können wir natürlich einfach ausschalten. Also Teams mit einmal Wiederbelebung, zweimal Wiederbelebung, an sich kein Problem. Bei zwei Wiederbelebern im Team sollte man nur gucken, dass man dann einen rechtzeitig ausschaltet. Ansonsten macht es uns tatsächlich nichts aus, wenn wir hier nur einen Wiederbeleber oder sowas im Team haben, können uns erstmal auf andere Champions konzentrieren, die auszuschalten, die loszuwerden. Und wenn wir die einmal losgeworden sind, dann steht auch nichts mehr der Wiederbelebung im Wege. Und selbst wenn wir mal jemanden verlieren, wir brauchen nicht unbedingt einen Wiederbeleber im Team, aber mit Arbiter natürlich sehr, sehr gut zusammen in einem Team. Dann haben wir gleichzeitig einen Wiederbeleber drin, haben eine passive Möglichkeit auf Wiederbelebung dabei. Das heißt also, hier zwei, hier sozusagen dann Doppelwiederbelebung, wenn man mit Arbiter spielt. Meine Lysandra ist nur schneller als meine Arbiter, deswegen ist Lysandra hier mit dabei. Und leider ergänzen sich die beiden halt nicht so besonders gut, muss man sagen, weil beide den Speedbuff machen. Ich habe es tatsächlich, wie gesagt, nur reingenommen, Lysandra, weil sie einfach die schnellste ist von allen. Auch cool gegen solche Teams. Ihr seht jetzt, Teamstärke ist ein bisschen höher, aber noch nicht ganz so hoch. Aber ich habe auch andere Teams letztens ausgeschaltet. Da zeige ich euch dann gleich mal noch ein Screenshot. Und das Schöne ist ja, Pakus, der Wandler, kann sich ja wiederbeleben. Und diese Wiederbelebung von ihm, weil er ja dann gleichzeitig einen Angriff macht, kann ich ja jetzt blockieren. Und ihr seht, Tormin hat zwei eingefroren. Ich habe zweimal angegriffen. Einmal habe ich Prakus erwischt, einmal Tormin. Und jetzt kann ich die Wiederbelebung von Prakus blockieren. Der greift nicht mehr an und ist nicht mehr so gefährlich, wie er sonst manchmal ist in der Arena. Das Einzige, was ich jetzt nicht mehr blockieren kann, ist jetzt Tormins Wiederbelebung. Aber wichtig war es mir hier in dem Fall, den Damage-Dealer auszuschalten, weil alle anderen sind dann tatsächlich nicht mehr so schlimm. Bergkönig ist meistens jetzt nicht so das Problem. Der hat halt viele LP, aber wenn man da sehr viel Schaden ihm reindrückt, dann fällt er auch relativ schnell um. So, und jetzt kommt Tormin noch ein bisschen Angst verliehen. Ihr seht, Bergkönig, der hat hier gar nicht scheinbar eine hohe Crit-Quote gehabt. Leider, sonst hätte er ein bisschen mehr reingehauen. Das war ein bisschen enttäuschend hier bei dem Kampf. Hatte eigentlich gedacht, vielleicht hebte ihn trotzdem noch raus, unseren Prago, und ich muss dann gucken, dass ich den Bergkönig schnell ausschalte. Aber nein, das hat er natürlich nicht getan. Hier nochmal, um das vielleicht auch nochmal zu zeigen, ein Team mit 242.000 Stärke, da auch Gräfin Lillitu mit Wiederbelebung, auch Tormin mit Wiederbelebung. Auch die konnten wir blockieren. Und ihr seht, also ich habe hier auch Dunkle Alhain benutzt. Die hat hier den meisten Schaden gemacht, weil wir ja auch mehrere Buffs gesetzt haben und uns einfrieren lassen haben. Also auch Dunkle Alhain gegen starke Teams natürlich sehr gut. So, dann kommen wir jetzt von der Arena mal zur Zusammenfassung. Rolle, Support, Damage Dealer, Damage Dealer Support, Einsatzgebiete überall. Sie ist je nach Team anpassbar. Also je nachdem, für welche Rollen man sie benutzen will. Man kann mehr Rollen mit ihr erfüllen. Man kann auch die gleichen D-Buffs oder Buffs nochmal im Team natürlich unterbringen. Für den Fall, dass man sagt, okay, ihre Genauigkeit will ich jetzt nicht ganz so hoch machen. Mich interessieren eher ihre Buffs. Oder man sagt, oh doch, mehr Genauigkeit. Dafür interessieren mich mehr ihre D-Buffs jetzt im Endeffekt. Blocker Wiederbelebung. Ziemlich cooler Skill. Also durchaus öfter anwendbar. Doom Tower, Ice Golem Arena. Kann passive Wiederbelebung. Das heißt also, wir haben auf jeden Fall die Chance, entweder sie einmal wieder zu beleben oder auch einen unserer Verbündeten, wenn der Gegner eine Wiederbelebung versucht. Und der Vorteil gleichzeitig, wird ja die Wiederbelebung vom Gegner blockiert einmal. Wenn die Runden es natürlich zulassen, blockiert sie auch öfter die Wiederbelebung. Sie hat sehr viele nützliche Buffs und Debuffs. Und in den meisten Fällen ermöglicht sie neue Strategien. Der Nachteil ist, es gibt sie halt nur durch den Abschluss von den Fraktionskriegen. Und ihre Aura ist nur bedingt nützlich. Ansonsten ist mir jetzt tatsächlich nicht unbedingt noch was Negatives gerade eingefallen zu ihr. Kommen wir mal zur Bewertung in unserer Tierlist, die wir jetzt angefangen haben. Und wie würden wir sie denn bewerten? Kampagne. Kann ich ihr nur 5 geben, weil ich habe mit ihr tatsächlich auch den letzten Boss gekillt, zusammen mit noch jemandem, der heilen konnte. Das heißt also auf Albtraum auch den letzten Boss versucht, konnte sie zusammen mit jemandem killen. Das heißt 3 Sterne geholt. 3 Sterne sind gleich auch 5 Sterne hier. Clanboss, super Skillset. Kann ich auch nur 5 Sterne geben. Macht auch einen super Schaden dafür. Drache für den Drachen ist ja auch gut geeignet. Wegen Giftempfindlichkeit. Kümmert sich um die Wellen. Hat auf jeden Fall einiges, was man gegen den Drachen gut einsetzen kann. Eisgolem auch super. Blocke wiederbeleben. Feuerritter muss ich sagen. Also ja, ist sie auch sehr, sehr gut. Aber die Multi-Attack ist ja leider nur auf der A3. Das heißt, hier muss man vielleicht ein bisschen Punktabzug machen. Kann ich nur mal die 4,5 geben. Aber als Supporter auf jeden Fall Gold wert. Macht keinen Rundenmeter-Reset oder sowas. Aber ansonsten natürlich Defensivringerschwächung, Giftempfindlichkeit, Stärkung. Das sind alles wieder super Skills. Spinne, Flächenschaden, Defensivringerschwächung, schützt unser Team, alles dabei. Was will man mehr? Minotaurus können wir mit ihr auch machen. Da ergänzt sie auch unser Minotaurus-Team. Vielleicht kann man den nicht ganz alleine machen dann, sage ich mal, mit ihr. Kommt es darauf an, wenn man ihr das Set entsprechend anzieht und nimmt noch vier andere Leute mit, könnte es sein, dass man Minotaurus schafft. Ich habe es probiert. Mit dem Set, was ich ihr angezogen hatte, ging es nicht. Aber wenn ich jetzt noch irgendwas mit Heilung oder so vielleicht drin gehabt hätte, wäre es besser gegangen. Von daher würde ich Minotaurus auch mit 5 bewerten. Genauso wie alle anderen Arcan-Dungeon auf jeden Fall. Kraft-Dungeon schafft sie. Magie-Dungeon, ja, für das Team auf jeden Fall super. Hat jetzt keinen Buff-Entferner oder sowas gegen den Boss, aber das kann man ja dann ausgleichen. Seelen-Dungeon, wir können zwar nicht die Heilung blockieren, aber wir können den Damage steigern von unserem Team. Leeren-Dungeon, auf jeden Fall auch 5. Arena-Offensive, funktioniert sie super. Kann ich nur 5 geben. Arena-Defensive, also das funktioniert auch sehr, sehr gut. Muss ich aber 4,5 sagen, weil wir ja nicht direkt ihre Skills steuern können. Also ich kann jetzt nicht steuern, wen wird sie mit ihrer A2 angreifen oder so, aber Blocke-Wiederbelebung und sie macht mit immer zuerst ihre A2 sehr, sehr gut auf jeden Fall. Doom-Tower. In Doom-Tower wird sie auch gut einsetzbar sein. Und wie gesagt, man hat auch viele Teams gesehen, die sie benutzen, wo man sagt, das sind Speed-Teams, High-End-Teams und wenn High-End-Teams einen Champion wie Lydia benutzen, dann muss er sehr, sehr gut sein. Dann können wir nur eine 5 geben und das bringt uns natürlich zu unserer Gesamtwertung von unseren Champions. Und das ist eine 4,9, also fast 5 Sterne für Lydia und das zeigt hoffentlich auch, wie gut sie ist und warum man sich auch auf die Fraktionskriege so ein bisschen dann irgendwann im Laufe des Spiels konzentrieren sollte, um tatsächlich alle Gruften auf Stufe 21 abzuschließen, denn dieser Champion ist es definitiv wert. Ja, das war es mit dem Lydia-Guide. Wie ihr sehen könnt, Allround-Champion überall einsetzbar. Man muss sich nur so ein bisschen festlegen, wo will ich sie einsetzen, wie will ich sie ausrüsten, wie will ich sie skillen. Konnte vielleicht auch zeigen, dass sie Schaden machen kann, konnte zeigen, dass sie supporten kann, konnte zeigen, dass sie eben wirklich überall einsetzbar ist, überall ihre Vorteile hat, dass man Teams mit ihr umstrukturieren kann, dass man Bestzeiten neu setzen kann, wenn man nicht irgendwie entsprechende Champions vielleicht schon hat oder benutzt hat, um Bestzeiten aufzustellen. Kommt natürlich immer darauf an, wo man sich im Spiel befindet, aber ich finde sie super klasse. Meine neue Lieblings-Championette auf jeden Fall, von daher schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Seid ihr schon relativ weit bei den Fraktionskruften? Habt ihr sie schon? Habt ihr sie benutzt? Wie habt ihr sie vielleicht benutzt, geskillt eventuell? Schreibt es ruhig in die Kommentare. Freut ihr euch jetzt darauf, sie zu bekommen? Ist es das wert, all das Silber zu investieren und all diese Champions hochzuziehen? Bin gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ein Däumchen zum, ein Träumchen abonnieren. Nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski! Tschüssikowski! Tschüssikowicz! Vielen Dank.